Was soll daran richtig sein, bitte? Es ist falsch. Ja, da sind drei, da sind zwei. Puh. Ich habe doch keine Ahnung spontan. Irgendwie hatte ich kurz die Hoffnung, dass es doch noch funktioniert. Irgendwie hatte ich hier eben ja so einen dezenten Geistesblitz. Aber anscheinend blitzt mein Geister nur sehr kurz. Von daher, das bringt es nicht so ganz. Wenn ich den davon habe, von hier aus zu splitten. Das ist totaler Quatsch. Ja, da wird es gleich gesplittet. Der geht da dann rüber. Wenn der da hoch geht vielleicht. Warum auch immer der das tun sollte. Da sind noch zwei. Das ist... Einer. Ne. Doch. Ich hätte... Ich hätte den von da hin packen sollen. Dann wäre das gleich geteilt. Ne, das war auch falsch. Das wäre auch falsch gewesen, verdammt. Da sind noch zwei auf dem Weg. Da sind noch drei auf dem Weg. Äh, ich werde das schon irgendwie hinkriegen glaube ich. Hoffe ich. Jetzt haben wir vier Schminderlinge auf einmal. Irgendeiner muss davon noch passen. Wenn man das hier jetzt da rüber packt vielleicht. Da hat er theoretisch... Ne, warte mal. Doch, der hat hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Außenmenge. Der hat eins, zwei, drei, vier, fünf... Oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Also müsste der gleich da oben hin. Oder so. Das geht aber nicht. Das geht aber nicht. Das geht wirklich nicht. Warum geht der Quatsch nicht? Äh... Äh... Ne, warte. Hä? Ne, ist auch falsch. Hä? Ich bin verwirrt. Äh... Okay, so war das schon mal nicht gemeint. Vorbei. Äh, ist es... Das ist totaler Quatsch. Aber ist egal. Ha, es hat funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Haha. Sehr gut. Ich hoffe, das wird gespeichert. Egal was passiert. Oh. Oh. Natürlich Wind. Also interessant, wie sich das einmal alles so durchschaltet hier. Wobei das echt gemeint wird mit den ganzen Teilen, die man nicht treffen darf. Keine aus spielerischer Sicht. Ah. Ich bin dagegen gelaufen. Döh. Hm. Hm. Hm, hm. Ja, ja, ist schon in Ordnung. Ich verstehe das schon, Liebespiel. Oder nicht Liebespiel vielmehr. Böses Spiel. Böses Spiel mit Seelen. Was war ernsthaft? Ich habe es getroffen, okay. Ich, da ist das Spiel aber sehr großzügig. Oder ich habe sehr ungroßzügig gedacht. Oh, Manu. Warum hat der Strahl direkt so eine Breite? Das hat er doch sonst nicht, wenn ich hier starte. Das finde ich ja nicht gut. Musst du gleich mal vorsichtiger vorgehen. So. Hm, hm. Wehe, da kommt vielleicht wieder so ein Dicke hier, was wird da kommen, klar. Das war relativ sehr knapp. Warum wurde es jetzt wieder resetet? Wo habe ich da getroffen, bitte? Das ist aber sehr, sehr seltsam gewesen. Komische Kollisionsabfrage an der Stelle. Oder ich werde wirklich nachlässig. Das hoffe ich mal nicht. Aber anscheinend muss ich ja irgendeinen Fehler gemacht haben, sonst hätte das Spiel dann nicht gemeckert. Mal so gesehen. Ich mache mal auf Nummer sicher, ne? Aha. Das hat funktioniert. Sehr gut. Äh, ein bisschen vorsichtiger sein. Äh, das Ende müsste erreicht sein jetzt. Hallo? Was ist going on? Oh, just stop. You already beat the fun levels. Oh. Oh. Irgendwas. Äh. Interessant. Sehr interessant. Ach Gottchen. Äh, korrupt. Plus 47. Korrupt. Minus 47. Äh, das ist aber sehr korrupt hier. Oder ne, eigentlich nicht. nicht. Is corrupt over 666. Schön. Das ist auch wieder so ein Aufteiler hier. Das heißt, ich denke mal, der muss hier oben spontan passieren. Da haben wir zwei Aufteiler sogar. Ich packe den da mal hin. Ich denke mal, das wird zumindest ein Anfang. Da ist es sogar so hoch. Achso, wir haben drei Schlüssel. War es das jetzt schon, oder was? Offenbar. Sehr gut. Das hat funktioniert. Portal Gen Util. Save your souls. Ich finde es lustig, dass das alles auf dem... hier digital auf dem Hintergrund getudelt wird. Messenger. You have... I don't envy you, but it must be done. Find point line and plan. As soon as I am able, I will open a portal to you. The corruptible profile next to mine may be worth investigating. Hallo? You have slept for centuries. I have a truth to tell you. You are not the only trapped soul. There are thousands like you. No, they did not surrender to Lucifer and fall screaming into hell. But they are stuck all the same. Perhaps on puzzle, perhaps on a level. You have destroyed two of the three core files. If you are still resolved, I will help you find the third. There you can find the Pony Island of old versions of the game that he created and then discarded. Search through the discarded games. Find me a place where I can place portal to the final core file. Meine Güte. Ach Gottchen. Gut mache ich. I think I made myself clear. I think I made myself clear. Ja Kumpel. Ja, ist ja gut. Corrupted geht nicht. Aha. 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 Äh. Äh. Korrupted. Ja. Pony Island 3D. Devil Island. Korrupted. Pony Island. Meta. Pfff. Mhm. Ach Gottchen. Blackness. A shimmer of light. A bold star is emblazoned on the dusty screen. Syst dem Tech incorporated is it says. Continue. Yes. An attractive menu appears. Two beautiful ponies accompany the text Pony Island. The menu buttons hold such promise. Start game says one. Says another. Options creates another. Credit says last. Exit. Error. No. No. Oh no. Options. Error. 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 Schleife. Entschuldigung. Go. One. Obscure options. Wird das mit E am Ende geschrieben? Nee, verdammt. Aber was hat es gemacht? Weg. Der Menü-Button hält suche promise. Sidegame says one. Kredits. Das ist gerade mal ein bisschen sehr komisch gerade mal. As the credits fly by, you are filled with awe. One man stands out among the rest. You return to the main menu with a newfound appreciation of developers. Aha. Das ist schön. Start game. Cloud screen appears. Luckily, it's a well-programmed loading screen. Oh, it loads very quickly. Very quickly. The game is loaded and you are a pony. A beautiful sunset sets over some perfect green hills. You feel the wind through your main as you gallop across the grassy valley. Mark. A wooden gate approached. You must jump, shoot or do nothing. Ist das jetzt wirklich so ein Text-Adventure? Oh. Jump. Ich vertreibe mich ständig hier. You leap majestically over the gate. But another gate approaches. Jump. You clear the gate and land running. But now an enemy approaches. Uh. Shoot. Lasers pour from your mouth and fire at the enemy obliterating it. Obliterating. Another gate appears. It looks like it might be a little too far away. Do you jump, shoot or do nothing? Do nothing. You allow the gate to get closer. It looks jumpable now. Jump. Aha. Feel smart for waiting at all. Shimmering. Leg post approaches. Leg post. Do you jump, shoot or do nothing? It's fucking egal. Jump. Didn't matter. See you. Haha. Your neck breaks when it impacts the flag post. It's okay. You are no longer that pony. An explosion of confetti announces your success. You gain 9 million experience and reach level 1000. I don't think a portal here. Come back to the desktop. We'll try another one. Okay. So then there you'll start. Erde, der, 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 der. Halt, stop. Mann, oh. Er ist sehr gut. Also das ist schon mal falsch, das hier. Ich vermute mal, wir müssen das mit dem machen. Aber 3D-Pony ist ja auch schön. Ich finde diese Ladesachen hier, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Festplatte gerade mal anläuft. System Tech Incorporated. Pony Highland in 3D. Oh. Oh, wow. Das ist ja wirklich, also fast 3D. Hier isometrisches 3D ohne Perspektive. Oh, ein Ticket. Hallöchen. Wie viele habe ich mittlerweile? 9 von 24. Okay. Minus 6. Created. Wear. Irgendwas. Red. Red. Irgendwas. Ich weiß nicht. Oh. Options. Gibt's nicht. Ach. Ist es jetzt. Eine Art First Person Geschichte. Das ist ja mal cool. Bisschen sehr, sehr seltsam. Autsch. Das war bisschen sehr knapp. Wie soll man das denn ordentlich steuern? Das ist interessant auf jeden Fall. Man sieht halt nix, ne? Das ist ein bisschen problematisch, finde ich. Ich finde das gerade mal problematisch. Ich meine, das funktioniert gerade, Kram, aber wehe, das wird komplizierter. Und dann merkt man auch schon, eine weitere Dimension macht nicht jedes Spiel besser. Ich fände das vorher schon besser. Ich meine, es ist interessant, dass es hier alles eingebaut wird. Vor allem, dass es auf einer Maschine läuft, die von 1992 ist. Mal so gesehen. Aber warum auch nicht? Hoi. Success. In that your soul now. To upgrade to 40. A hard work either. Our only option is to keep trying. Okay, wir müssen weitermachen. Schade, das war ganz interessant. Devil Island. Oh, da haben wir hier Pony einen Meter. Ah, hä? Bin ich jetzt wieder ganz am Anfang? Interessant. Da kommen wir doch einfach spontan mal auf den Startbildschirm des ganzen Spiels. Weil es hier die Meta ist. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Lucifer, soul protector. Was proper irgendwas? Weint der jetzt Blut oder was? Kein Ticket hier versteckt? Ne. Ich habe mich in der Nähe gemacht. Ich mache Spiele. Ich mache Spiele. Leute sprechen schade über... Äh... Was? Ich habe nicht einen High-Con... Irgendwas. Text. Kann ich gar nicht schlecht lesen. Options gibt es nicht. Es ist ein bisschen schiefer, Ladescreen. Okay. Im Prinzip noch immer das Gleiche. Bis zum Beispiel, dass wir halt jemand anders sind. Aber auch interessant. Um... Natürlich schießt man kleine Ponys ab. Natürlich. Und Ponys sind böse anscheinend. Und anscheinend auch sehr viele. Böse Ponys. Böse. Schlimm. Gehen weg. Ponys. Sie müsste echt böse sein. So... Ich frage mich ja wirklich... Also... Ist mit dem Ponys klar, ist das schön und gut und irgendwie heile Welt. Aber so richtig... Weiß ich nicht. Mal gucken, was noch so kommt. Success insert your soul or souls to have. This will almost and the security is weak here. I am opening the portal. This is it, my friend. AR. Get past the... Dings. Huh? Esmodeus. Esmodeus.